Servus Fans, hier ist der Max und der Wimsi und ich werde dem Max heute ein bisschen österreichisch beibringen. So, den ersten Begriff ist ein Außenbracker. Außenbracker. Außenverteidiger. Stimmt, ja? Ja. Zweiter Begriff ist ein Zangler. Zangler, das ist ja so Zangler. Ich würde sogar sagen, dass du einer bist. Also Techniker. Ja genau, ein technisch versierter Spieler. Ja genau, ist ein Zangler in Österreich. Nächster Begriff ist eine Wuchtel. Haben wir ja jeden Tag da mit dem Training zu tun. Ein Ball. Ja genau. Nächster Begriff hört sich ziemlich ähnlich an, ist ein Wachtler. Ich hab gar keine Ahnung. Der Schiedsrichter. Es ist ein Teil von den Schiedsrichtern, ja. Sag mal, was habt ihr für eine Linienrichter? Ja genau, der Linienrichter. Weil der wackelt immer mit der Fahne so viel. Deswegen Wachtler. Ja, drum, drum Wachtler. Ja, letzter Begriff, den was ich für den habe, ist eine Gmadewiesen. Ich bin schon oft wirklich in Österreich, aber das habe ich noch nie gehört. Was ist das? Eine Gmadewiesen ist so, wenn man einem Gegner überlegen ist und vor dem Spiel schon weiß, dass man da jetzt heute gewinnen wird. Die österreichische Staatsbürgerschaft, die ist mir jetzt eigentlich sicher, ne? Ich finde auch, du warst sehr stark und ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns. Ciao. Tschüss. ... ...